Die Umweltwirtschaft entwickelt sich in Nordrhein-Westfalen zu einem sehr bedeutenden Wirtschaftszweig und die Umweltwirtschaft kann und wird auch dazu beitragen, den Strukturwandel hier im Ruhrgebiet vernünftig gestalten zu können. Umwelt und Ökonomie sind keine Gegensätze, sondern sie sollten zusammen gedacht werden und wir erleben hier an vielen Unternehmen, in den Instituten, wie sich hier ganz neue Wachstumsmärkte und Wachstumschancen eröffnen.